Musik Jetzt sind wir in Bochum. Wir machen ja nächste Spielzeit unter Umständen die Odyssee. Jetzt guck ich mir in dem Off-Theater was an. Rottstraße hier in Bochum, berühmtes Off-Theater. Die machen die Odyssee. Und da greife ich mal ein paar Impulse ab für unser Stadttheaterchen. Odyssee. Die Odyssee. Ja, da steht's ja. Ach, die Mann. Die machen das draußen. Ach so. Ach, das ist ja super. Der Zuschauerraum. Ja, Open-Air alles. Das ist ja aufregend. Ja, das ist Odysseus. Die Odysseus praktisch als Teil der Arbeiterklasse. Die spielen praktisch gar nicht. Die sind einfach ganz bei sich. Das kriegen unsere Schauspieler gar nicht hin. Die spielen immer. Ja, aber das ist hier ganz, das ist ganz leicht, ganz pur. Hat schon angefangen. Das ist ein Zyklop. Das ist ein Zyklop. Genau so entstehen Kriege. Das ist die Seefahrt. Jetzt kommt dann die Jacke an. Das ist das ist die Zyklop. Das ist die Zyklop. Applaus Das Bühnenbild hat sich dann noch Das Bühnenbild hat sich dann noch Das Bühnenbild hat sich dann schon Das Schauspiel hat sich dann übertragen Das hat sich keinen Sinn gemacht Das hat sich dann jetzt gemacht Natürlich wird es ein bisschen Leidigbar